Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Tutorial. In diesem Beispiel werden wir uns einmal ansehen, wie man diese Scheidung hier mithilfe der Methode der Ersatzstromquelle vereinfachen kann. Wir wollen also bezüglich der Klemmen A und B nur noch eine einzige reale Stromquelle vorliegen haben. Dieses werden wir berechnen mithilfe der Methode des Innenwiderstandes RI und des Kurzschlussstromes IK. Wer mehr darüber wissen möchte, also zum ganzen Themenbereich Quellen innerhalb von elektrischen Netzwerken, also Spannungsquellen, Stromquellen, wie wandelt man sie ineinander um, wie fasse ich sie zusammen, Methode der Ersatzstromquelle, Methode der Ersatzspannungsquelle und so weiter, schaut doch mal bei meinen Udemy-Kursen vorbei. Link ist unten in der Infobox, da würde ich mich also sehr darüber freuen. Da findet ihr auch jede Menge Hausaufgaben mit ganz vielen detaillierten Musterlösungswegen. Zurück zu dieser Aufgabe. Wir wollen also bezüglich der Klemmen A und B diese Schaltung umwandeln in eine reale Stromquelle. Eine reale Stromquelle hat einen Innenwiderstand, der immer parallel liegt zu der eigentlichen idealen Stromquelle. Ja, wie machen wir das? Die Methode RI und IK ist ein relativ formales Verfahren. Man kann sagen, das ist häufig geeignet, wenn man es mit Stromquellen zu tun hat. Eine andere Alternative, Methode der Ersatzspannungsquelle beinhaltet ja, dass man den Innenwiderstand RI bestimmt, also so wie hier auch, aber anstelle des Kurzschlussstromes IK, die sogenannte Leerlaufspannung UL. Also dieses RI-UL-Verfahren nimmt man häufig sehr gerne, wenn man es mit Spannungsquellen zu tun hat. Das ist vielleicht so eine grobe Unterscheidungsmethode, ja so ein grober Wegweiser, wann nimmt man welche Methode. Manchmal ist in Klausuren explizit gefordert, nehmen Sie Methode RI und UL oder Methode RI und IK. Manchmal kann man sich das auch aussuchen. Gut ist immer, wenn man einfach beides kann und souverän mit beiden Methoden umgehen kann, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Also hier Methode RI und IK. Fangen wir einmal an. Von der Reihenfolge her macht es immer Sinn, dass man zunächst einmal den Innenwiderstand bezüglich der Klemmen A und B bestimmt. Das geht meistens relativ einfach und dann hat man in der Klausur schon mal mindestens einen sicheren Punkt. Im Fall einer Stromquelle macht man das so, dass man die Stromquelle zur Bestimmung des Innenwiderstandes RI ausknipst. Und da eine Stromquelle einen unendlich hohen Innenwiderstand hat, ist das dann so, als ob die Stromquelle an der Stelle überhaupt nicht da wäre. Das heißt also ihre Anschlüsse, die Klemmen, die Drähte hängen in der Luft und der Widerstand dazwischen ist also unendlich groß. Also viel zu groß, als dass der Strom diesen Widerstand überbrücken könnte. Also als erstes gehen wir immerhin bei der Bestimmung von RI. Stromquelle ausknipsen. Wenn man eine Spannungsquelle hätte, was wir hier nicht haben, ist das genau entgegengesetzt. Eine Spannungsquelle wird überbrückt. Die wird also auch mental ausgeschaltet und an deren Stelle tritt einfach ein Stück elektrische Verbindung, ein Stück Draht. Gut, haben wir jetzt hier nicht, einfach nur zur Erlenzung. Jetzt gucken wir hier in die Klemmen A und B hinein und wir tun so, als ob wir da einen Multimeter anschließen und messen hinein. Wir betrachten also den elektrischen Widerstand, der sich zwischen den Klemmen A und B befindet. Gerade am Anfang macht es Sinn, sich das nochmal so hinzuzeichnen. Vorher war unsere Stromquelle hier, die ist jetzt nicht mehr da. Ich habe das hier nochmal so punktiert eingezeichnet, damit ihr seht, aha, da war mal was, da war mal die Stromquelle. Dazwischen ist jetzt nichts, Luft, Widerstand unendlich. So, jetzt haben wir hier die Klemmen A und B. Wir messen dort hinein. Für den Anfang macht es vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen Sinn, den Widerstand R2 in Richtung Widerstand R1 zu schieben, um zu sehen, dass das hier ein Zweig ist. Also das hier, diese Schaltung ist also äquivalent zu der oberen. Wir haben R1 liegt in Reihe mit R2 und parallel dazu liegt R3. Das heißt jetzt für den Gesamtwiderstand R1, der sich jetzt an der Stelle ergibt, wir haben also R3 parallel zu der Summe aus R1 und R2. Mathematisch ausgedrückt ist das also R3 mal R1 plus R2 dividiert durch R3 plus R1 plus R2. Damit haben wir also den Innenwiderstand R1 vollständig bestimmt. Wir haben es hier nicht mit Zahlenwerten zu tun, brauchen wir auch nicht. Es geht ja ganz allgemein um die Aufstellung der richtigen Gleichungen. Der nächste Schritt besteht jetzt darin, dass wir den Kurzschlussstrom IK bestimmen. Warum tun wir das? Wir machen das deswegen, weil der Strom unserer neuen Stromquelle, die wir ja bilden wollen, ist identisch mit dem Kurzschlussstrom IK der Ausgangsschaltung. Weshalb ist das so? Jetzt nur ganz kurz und knapp an der Stelle. Wenn man jetzt hier die Schaltung kurzschließen würde, dann würde ja dadurch ein Kurzschlussstrom fließen. Der Strom I0, der käme hier an, an den Knoten, der würde nicht durch I fließen. Warum auch? Strom sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Der würde hier durchfließen. Das ist der sogenannte Kurzschlussstrom. Da ja nun beide Schaltungen, also die linke und die rechte, bezüglich ihrer Klemmen elektrische Äquivalent sein sollen, deswegen machen wir das Ganze hier, muss auch der Kurzschlussstrom an der Stelle, wenn wir hier jetzt eine elektrische Verbindung herstellen würden. Dadurch fließt ein Strom. Wir nennen ihn Kurzschlussstrom IK. Muss natürlich der gleiche sein, wie hier auf der rechten Seite. Heißt also, wenn wir jetzt von dieser Schaltung hier den Kurzschlussstrom bestimmen, haben wir damit automatisch den Strom I0. Also kurz ausgedruckt I0 gleich IK. Das machen wir jetzt im Folgenden. Die Stromquelle wird jetzt natürlich wieder angeschaltet. Die haben wir nur im Falle des Innenwiderstandbestimmens. Da schaltet man die Stromquelle aus und holt sie aus dem Netzwerk raus. Wir bestimmen jetzt also hier den Kurzschlussstrom IK. Der Strom kommt hier links, fließt er aus der Quelle heraus, teilt sich dann hier an dem ersten Knoten auf, fließt durch R1, fließt durch R2. So, was passiert an dem Knoten? Der Strom hat hier die Möglichkeit, hier durchzufließen. Hier ist gar kein Widerstand. Also wird er auch nur hier hindurch fließen und gar nicht durch R3. Wir haben also diese Schaltung, können wir da nochmal für diese Situation vereinfacht hinzeichnen, um das Ganze nochmal ein bisschen klarer zu machen. Also R3 ist irrelevant und wir haben nur noch R2. Den schieben wir einfach mal hier jetzt auf die rechte Seite, um deutlich zu machen, dass R1 parallel liegt zu R2. Und hier ist dann hier ja auch unser Kurzschlussstrom IK. Wie groß ist er jetzt? Das rechnen wir aus mit Hilfe der Stromteilerregel. Stromteilerregel sagt in Worten, dass jetzt unser IK ist gleich im Gesamtstrom, der hier ankommt, mal, also jetzt natürlich nur eine Teilmenge davon. Hierfür gucken wir jetzt in den gegenüberliegenden Zweig, weil wenn hier der Widerstand groß ist, wird hier auch der Strom groß sein. Wir haben also hier diese umgekehrte Proportionalität. Das heißt, wir haben hier, dass R1 steht im Zähler, also beim Stromteilerregel immer in den gegenüberliegenden Astgruppen, in den gegenüberliegenden Zweig. Ist also hier R1 im Zähler, dividiert durch R1 plus R2, also alle Widerstände, die jetzt hier an dieser Stromaufteilung beteiligt sind. Damit haben wir unseren Kurzschlussstrom ausgerechnet. Wir erinnern uns, dass unser I0 von der Stromquelle, die wir ja bilden wollen, ist identisch mit diesem Kurzschlussstrom IK. Und IK haben wir jetzt hier mit Hilfe der Stromteilerregel gebildet. So, da ist unser I0. Damit ist die Aufgabe vollständig gelöst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns einmal später wieder bei Ihrem anderen Tutorial. Bis dahin, alles Gute und Tschüss!